reguläre ausdrücke beschreiben genau die regulären sprachen habe ich behauptet ob das wirklich stimmt werden wir heute sehen oder zumindest anfangen zu sehen wir gehen nämlich von regulären ausdrücken zu automaten mein name ist markus grütsch schön dass sie wieder dabei sind bei der kleinen videoserie zum thema formale sprachen und automaten ja wie schon gesagt beim letzten mal hatte ich eine sehr weitreichende behauptung gemacht nämlich dass man beliebige reguläre sprachen mit regulären ausdrücken beschreiben kann und was ich jetzt in den nächsten videos tun möchte ist diese beziehung zwischen den beiden darstellungsformen noch etwas näher zu erläutern besser klarzustellen wie man von regulären ausdrücken zu automaten kommt und letztlich auch wieder zurück das heißt was wir tun wollen ist entsprechend ungefähr dem plan hier auf der folie es gibt hier die behauptung eine sprache ist genau dann regulär wenn es einen regulären ausdruck alpha gibt der als sprache eben diese sprache hat um das zu beweisen möchte ich in zwei teilen vorgehen der erste teil den mache ich jetzt in diesem video ist zu zeigen dass es für jeden regulären ausdruck alpha einen automaten gibt der die gleiche sprache beschreibt wenn wir das wissen dann wissen wir dass reguläre ausdrücke in jedem fall reguläre sprachen beschreiben das heißt jede durch einen regulären ausdruck beschriebene sprache ist auch regulär jetzt werden sie sagen kaputt das wusste ich doch eigentlich schon und da gebe ich ihnen eigentlich recht natürlich haben wir schon beim letzten mal als wir eingeführt haben wieso reguläre ausdrücke sinnvoll sind wieso wir sie definieren können und wie die mit den mengen operationen zu tun haben für sprachen da haben wir ja eigentlich schon genügend informationen erhalten um sagen zu können dass das was dort beschrieben wird garantiert regulär sein muss nicht wahr denn wir wissen dass auch schon von der semantik her reguläre ausdrücke immer nur dinge beschreiben die man mit den sprach operationen aus ähnlichen sprachen her leiten kann und das sind wie wir wissen wegen der abschlusseigenschaften reguläre sprache das heißt dieser teil 1 ist eigentlich nicht wirklich nötig für den beweis sondern ist eigentlich dazu da dass wir die beziehung zwischen den regulären ausdrücken und den automaten besser verstehen und sehen wie das im konkreten aussieht also eigentlich eher eine vertiefung der ideen die in regulären ausdrücken drin stecken als wirklich teil dieses beweises der schwierige teil kommt beim nächsten und übernächsten mal wenn wir über methoden sprechen wie wir tatsächlich auch vom automaten ausgehen zum ausdruck kommen können und auf diese art dann zeigen dass jede reguläre sprache also alles was man mit automaten darstellen kann auch wirklich in regulären ausdrücken zu fassen ist gut das gesamtbild was wir erreichen wollen sieht so aus wie sie es hier sehen ich habe hier die regulären ausdrücke als neue darstellungsform für unsere typ drei sprachen eingeführt und ich werde hier übersetzungen geben vom von automaten zu regulären ausdrücken wie gesagt bei den nächsten malen und heute vom regulären ausdruck zum automaten oder zum epsilon automaten zu teilen und beginnen wollen wir mit einer übersetzung die ich die kompositionale übersetzung hier nenne bei der wir den automaten einfach rekursiv zusammenbauen komponieren entsprechend der struktur des regulären ausdrucks die idee ist natürlich recht einfach wir wissen dass reguläre ausdrücke im prinzip mengen operationen auf den darunter liegenden sprachen kodieren und wir wissen auch schon dass man diese mengen operationen mit automaten nachempfinden kann indem man entsprechend der operationen auf automaten durchführt wenn man diese beiden ideen zusammenbringt sieht man leicht dass man das was der reguläre ausdruck tut auch mit automaten nachempfinden kann indem man direkt automaten für die kleinen sprachen für die grundfälle als ausgangspunkt nimmt und dann entsprechend der automaten operationen miteinander verknüpft okay das ist recht einfach die grundfälle also was wir jetzt definieren wollen für einen ausdruck alpha ist ein automat m alpha das wird ein nicht deterministischer automat sein aber wir werden die epsilon übergänge gleich eliminieren und dadurch also keine mehr haben im ergebnis die grundfälle sind für den regulären ausdrücken waren diese drei leere menge epsilon als leere wort oder irgendein alphabet symbol die kann man jeweils durch entsprechende automaten darstellen die genau die sprache die dadurch ausgedrückt wird akzeptieren die leere sprache kann man durch einen automaten darstellen der nichts akzeptiert er hat gar keine endzustände das ist erlaubt leere menge von endzuständen können wir machen die sprache die nur das leere wort enthält kann man mit einem automaten akzeptieren dessen startzustand sein endzustand ist und der sonst keine übergänge hat und für eine sprache die nur ein ein elementiges wort enthält kann man so einen zwei elementigen und zwei zustands automaten finden bei dem man vom start zum endzustand mit eben diesem symbol des wortes kommt okay das sind die grundfälle und jetzt können wir aus diesen einfachen grundstrukturen für automaten kompliziertere automaten zusammensetzen komponieren indem wir entsprechend der regulären ausdrucks operationen hier operationen auf automaten anwenden und das ist relativ einfach ich benutze hier schon die eliminierung von epsilon übergängen als zwischenschritt könnte man auch anders definieren aber bei mir mache ich das so also ich bezeichne mit dem epsilon von m den nfa den man erhält wenn man in einem gegebenen epsilon nfa die epsilon übergänge entfernt und und das ist hier nötig weil bei manchen der operationen auf automaten epsilon übergänge eingeführt werden und wir die am besten gleich wieder löschen können okay und das ist wie gesagt rekursiv das bedeutet bezüglich der struktur eines bestimmten teilausdrucks definieren wir jeweils ein automaten der sich ergibt indem man die automaten für die teile dieser regulären ausdrücke mit einer bestimmten operation verknüpft zum beispiel wenn der ausdruck alpha gleich beta gamma ist also die hintereinander schreibung konkatenation von beta und gamma dann kann ich ein automaten bilden indem ich den automaten für beta konstruiere den mit der automaten verkettung hinter mit dem automaten für gamma kombiniere und danach noch den epsilon übergang entfernen sie wissen diese hintereinander schreibung war einfach nur ein durch übergänge von endzustand des ersten zum startzustand des zweiten automaten oder von den endzuständen zu den startzuständen erreicht worden wobei wir epsilon verwenden als wort für den übergang wenn wir eine alternative haben ist es noch einfacher dort brauchen wir nur die vereinigung der automaten zu nehmen die wir durch dieses additions symbol hier angegeben hatten da müssen wir auch nichts eliminieren da kommen ja keine epsilon übergänge oder irgendwelche übergänge überhaupt dazu und wenn wir einen stern haben dann verwenden wir auch wieder die entsprechende stern operation auf dem automaten und eliminieren danach die epsilon übergänge ok gut das ist also die direkte anwendung dieser ideen auf automaten und wir können jetzt gleich uns noch ein beispiel anschauen wo das konkret mal gemacht wird der ausdruck sieht so aus a oder b a stern ich habe hier schon vereinfacht in dem ich klammern weglasse ja sie erinnern sich und jetzt möchte ich daraus den automaten konstruieren das erste was ich tun muss ist ich muss die kleinsten innersten automaten aufschreiben also natürlich die rekursion geht natürlich von außen nach innen ja aber sie bezieht sich immer auf die automaten die im in den subausdrücken gebildet werden und man kann nicht den äußersten teil zuerst entwickeln weil man da noch nicht wüsste wie die subausdrücke aussehen das heißt man muss vom kleinen zum großen gehen hier wenn man das aufschreiben möchte und das mache ich jetzt mal also für a das ist dieser erste reguläre teil ausdruck haben wir so einen automaten der ich beschrifte den hier noch zusätzlich in dem kästchen in dem er steht mit dem ausdruck den er darstellen soll das ist einfach nur der erste teil ausdruck der a haut heißt ich brauche auch noch einen ausdruck für b für den zweiten teil und ich brauche auch noch einen weiteren ausdruck für a ebenfalls für den zweiten teil also wir müssen mehrere kopien dieses automaten hier verwenden weil an verschiedenen stellen im ausdruck vorkommt und sie sehen auch schon ich benutze unterschiedliche zustände in jeder kopie natürlich die sollen sich nicht in die quere kommen ich nur mal hier die hier einfach durch so damit haben wir jetzt die ein elementigen wörter hier in automaten dargestellt als nächstes kann ich den stern realisieren der stern sie erinnern sich ist wird erreicht indem man einen älteren übergang vom end zu den startzuständen erlaubt und zusätzlich einen einzigen übergang schafft der nur das leere wort akzeptiert weil das auch immer im stern mit enthalten ist das heißt das was sie jetzt hier sehen an automat ist der automat für a stern so jetzt kann ich das kombinieren mit b und behalte auf die art den automaten für b a stern das heißt ich habe jetzt wieder y-übergänge von dem ersten automaten zum zu den startzuständen des zweiten dabei ist der endzustand der frühere endzustand des ersten automaten jetzt kein endzustand mehr sondern stattdessen muss ich dort weitergehen in den zweiten hinein ok und jetzt bin ich schon fast fertig jetzt fehlt nur noch diese alternative hier und alternative ist einfach vereinigung und vereinigung lässt sich darstellen durch nebeneinander schreiben da muss ich nichts ändern und wenn ich das alles getan habe dann kann ich auch noch die epsilon übergänge eliminieren ich zeige ihnen noch mal wie das passiert ja sie sehen hier entstehen neue pfeile für die jeweiligen epsilon übergänge und sie können sich diese pfeile leicht als verlängerung der jeweils vorhergehenden pfeile mit dem epsilon übergang vorstellen ja also dieses dieser über lange b pfeil entsteht aus dem ersten b in dem ich das epsilon danach ausführe dieser diese a schlaufe hier entsteht aus dem ersten a in dem ich das epsilon danach ausführe und so weiter also das ist die einfache art wie man diese übergänge einführt wenn man epsilon transition eliminieren möchte ok und das wäre jetzt der endgültige automat das endergebnis für diesen regulären ausdruck und er sollte die gleiche sprache erkennen hoffentlich ok das ist natürlich zu beweisen für jeden regulären ausdruck behaupte ich hier gilt die sprache des regulären ausdrucks ist genau gleich der sprache dieses automaten den wir jetzt so konstruieren wollen das müssen wir schnell zeigen das ist nicht sehr schwierig aber man muss sich vielleicht überlegen ja wie wieder wie zeige ich sowas was sind da die richtigen methoden denn der satz selbst ist natürlich extrem einfach ja wir haben ja die grundidee für diese gesamte kompositionelle methode aus den sprach operationen abgeleitet und wir sehen eigentlich dass es da eine direkte korrespondenz gibt ja mit jeder die wir benutzen genau die operationen auf automaten die entsprechend sind den operationen auf sprachen die der reguläre ausdruck kodiert also sollte das irgendwie funktionieren aber was jetzt hier die die schwierigkeit ist in diesem beweis ist dass wir natürlich etwas über alle reguläre ausdrücke zeigen müssen also für jeden beliebig gestalteten regulären ausdruck soll das gelten und da muss man sich überlegen was ist da die richtige methode um das zu machen wir hatten ja schon solche fälle wo wir etwas für alle wörter zeigen zum beispiel und da haben wir manchmal mit induktion gearbeitet von der länge nach das kurzeste wort zuerst das leere wort und dann immer längere wörter in den beweis aufgenommen sowas ähnliches wäre ja auch gut aber mit länge allein kommen wir hier noch nicht so weit denn reguläre ausdrücke sind ja nicht einfach nur zeichenketten sondern ein bisschen kompliziertere strukturen mit operationen da muss man sich überlegen wie wir das machen die jetzt bin ich ihnen im weg ja so die gleichheit folgt aus der definition von der sprache des regulären ausdrucks alpha und der korrektheit der operation der auf automaten und der epsilon eliminierung das heißt wir wollen die gleichheit das des gesamtergebnisses zurückführen auf die gleichheit oder die korrektheit der einzelnen teil operationen die ange eingesetzt wird formal ist das eine induktion aber eben keine vollständige induktion im sinne der schulmathematik die sich vielleicht schon kennen oder die sie mit sicherheit schon kennen sollten in der wir einfach von null ausgehen und immer für den nachfolger der einer natürlichen zahl den beweis fortschreiben sondern was wir hier brauchen ist das was man strukturelle induktion nennt bei der strukturellen induktion konstruiert man auch wieder eine argumentation aber diesmal entlang der struktur regulärer ausdrücken und ich zeige gleich wie das funktioniert ich hatte ja schon mal als wir über als wir über induktion gesprochen hatten erklärt dass induktion im prinzip nichts weiter ist als eine art sehr viele beweise für jeden endlichen fall zu konstruieren man beschreibt die konstruktions vorschrift für beweise man sagt ja wenn ich irgendeine beliebige eingabe habe die kann beliebig groß sein dann kann ich einen beweis für diesen genau spezifischen fall finden indem ich mir den rekursiv konstruiere wenn man will ja induktion geht von den unteren fällen nach oben von der null aus bis über alle natürlichen zahlen aber das ist auch kein so substanzieller unterschied also die grundidee ist ist dass man ein beweis für alle möglichen fälle dadurch erbringt dass man letztlich allgemeine argumentationen aufstellt die einem erlauben für jeden konkreten fall einen konkreten beweis auch zu finden und bei den natürlichen zahlen reicht es wenn man zeigen kann dass man aus jedem beweis den man für eine bestimmte zahl hat auch einen beweis konstruieren kann der für den nachfolger der zahl gilt und wenn man dann noch zeigen kann dass es für die null möglich ist ein beweis zu finden dann weiß man dass man jetzt für jede beliebige zahl einen beweis finden kann weil jede zahl ist irgendwie nachfolger von nachfolger von nachfolger ich kann keine anderen zahlen aufbauen als so und bei struktureller induktion ist es ganz ähnlich nur dass ich andere konstruktions mechanismen verwende als bei den natürlichen zahlen als bei natürlichen zahlen wie gesagt sage ich man fängt mit der null an und die einzige konstruktions möglichkeit für neue zahlen ist den nachfolger zu verwenden via da halte ich alle natürlichen zahlen bei den regulären ausdrücken haben wir auch einen anfang gehabt nämlich die grundfälle die wir besprochen haben die drei mit der leeren menge epsilon und den alphabet symbolen und dann hatten wir mehrere möglichkeiten aus diesen grundfällen kompliziertere ausdrücke zusammenzusetzen das heißt es gibt ja nicht nur eine nachfolge operation sondern es gibt eben die alternative es gibt die konkreten nation es gibt den stern bei unterschiedliche arten wie man aus schon vorhandenen ausdrücken neue ausdrücke erzeugen kann und bei so einer strukturellen induktion wird also jetzt ein beweis konstruiert in der bei dem wir entlang dieser konstruktions vorschriften zeigen dass die gewünschte eigenschaft erhalten bleibt das heißt wir zeigen wenn die eigenschaft für bestimmte teile schon gilt dann gilt sie auch für das was man aus den teilen in einem schritt zusammensetzen kann oder wenn sie so wollen den nachfolger in einer bestimmten in einem bestimmten sinne in einer bestimmten operation okay der induktionsanfang für die strukturelle induktion also sozusagen die null das sind die grundfälle die fälle die aus nichts zusammengesetzt werden für die müssen wir es einfach zeigen da kommen wir nicht umhin das sind bei uns drei verschiedene fälle der menge epsilon und ein alphabet symbol da ist die behauptung sage ich jetzt leicht zu sehen die behauptung nicht vergessen ist hier oben die das also der automat den wir konstruieren das die gleiche sprache beschreibt wie der ausdruck und ja das haben sie gerade gesehen ich habe ihnen die automaten für die drei fälle gezeigt und es ist leicht zu sehen dass die tatsächlich genau die leere sprache die sprache mit dem lernwort und die einelementige sprache mit dem ein elementigen wort akzeptieren okay das geht also dafür haben wir automaten und jetzt möchten wir eine induktionshypothese aufstellen auch das ist analog zur vollständigen induktion in den natürlichen zahlen aber wir brauchen diesmal mehr annahmen als bei natürlichen zahlen bei natürlichen zahlen nimmt man nur einmal hat schon eine zahl für dies gilt wir brauchen hier zwei ausdrücke für dies schon gilt weil wir manchmal mit zwei ausdrücken einen dritten neuen bild also das heißt wir gehen jetzt davon aus wir haben ein beta und ein gamma und für die ist die behauptung schon gezeigt könnten zum beispiel zwei solcher grundfälle sein oder vielleicht fälle die wir schon irgendwie anders gezeigt und jetzt gibt es den induktionsschritt der induktionsschritt geht jetzt von diesen beiden fällen zum nächst größeren und das geht auf verschiedene arten ich zeige hier mal eine und die passt gerade so nicht auf meine folie aber okay das wichtige ist ist nicht überdeckt hier also das ist der fall den ich zeigen möchte ist die konkreten nation die hintereinander schreibung wir gehen also davon aus alpha ist von der form beta gamma und möchten jetzt zeigen dass für solch ein alpha diese behauptung gilt ausgehend davon dass es dass die behauptung schon für betta und für gamma galt wie kriege ich das hin ich kann es in dem fall einfach durch durch schrittweise umschreibung erreichen alpha die sprache die dieses alpha beschreibt ist einfach die konkreten nation der beiden sprachen für betta und für gamma das ist die definition der semantik von regulären ausdrücken dann habe ich meine induktionshypothese die sagt mir die sprache für gamma ist genau die sprache des automaten für gamma und die sprache für betta und für die sprache für gamma ist die des automaten für gamma das heißt ich darf das so übersetzen induktionshypothese dann weiß ich aber dass die automaten operation die ich anwende ja die gleiche bedeutung hat wie die konkreten nation das hatten wir schon vorher gezeigt dass die konkreten nation von automaten genau die konkreten nation der sprachen der automaten als sprache erzeugt das heißt also die konkreten nation dieser beiden sprachen ist genau die sprache des automaten die ich durch hintereinander ausführung oder durch konkreten nation der automaten halte das ist das was wir vorher bewiesen haben dann haben wir die eliminations von epsilon verwendet hier und auch die ist korrekt gewesen das heißt also da haben wir auch gezeigt dass die sprache sich nicht ändert wenn wir epsilon übergänge eliminieren das bedeutet die sprache des automaten mit epsilon übergängen ist gleich der sprache des automaten ohne epsilon übergänge und gut das ist dann dieser automat den wir als definition dessen was der automat von alpha sein soll angegeben hat also wir hatten gesagt alpha hat genau diesen automaten hier als entsprechenden automaten für diesen rekursiven fall okay und da sind wir zehn gelangen das heißt über diese gleichheit haben wir letztlich diesen die behauptung gezeigt indem wir einfach schritt für schritt gegangen sind das geht also ziemlich direkt die fälle für die alternative und für den stern sind völlig analog dazu beim stern brauchen sie nur eine einen ausdruck aber ansonsten ist das auch genau das gleiche in allen diesen fällen beziehen wir uns auf die korrektheit der operation aus automat was ja auch die intuitive grundlage dafür war dass wir geglaubt haben dass dieser dass diese behauptung hier stimmen müsste ja was die induktion uns erlaubt letztlich ist wirklich eine strukturierte argumentation anzugeben dafür wie man die korrektheit auf dem für den einzelnen schritt hoch zieht auf die korrektheit der gesamten konstruktion und das ist eigentlich das wesentliche was sie hier mitnehmen sollen dass man also mit hilfe von struktureller induktion so eine teilweise korrektheit oder schrittweise korrektheit zu einer globalen korrektheit für alle fälle hoch ziehen kann und das ist was was man sehr oft macht in allen fachgebieten wo man mit solchen algebraischen geschachtelten ausdrücken arbeitet die eben nicht nur natürliche zahlen sind sondern irgendwas anderes ja das ist jetzt nicht beschränkt auf reguläre ausdrücke es können auch ganz andere ausdrücke sein in der mathematik oder in der informatik okay strukturelle induktion feine sache gut damit haben wir jetzt schon einen ersten wichtigen teil dieser vorlesung geschafft nämlich die kompositionale methode für diese umwandlung gezeigt es kommt noch eine zweite methode die ich auch gleich noch in diesem video mitmachen werde auch wenn es ein bisschen länger wird dadurch aber auch deshalb weil es gut ist die beiden miteinander zu vergleichen und beide in einem zug zu verstehen sozusagen okay die nenne ich die explizite methode wie funktioniert die explizite methode die idee ist dass man hier nicht etwa einen automaten aufbaut schrittweise so wie gerade eben sondern umgekehrt mit einem automaten beginnt der mal informell gesprochen reg übergänge hat das heißt also wir verallgemeinern noch weiter wir hatten ja schon mal wortübergänge zugelassen jetzt bin ich so allgemein und sage ich lasse übergänge zu an den reguläre ausdrücke als beschriftung stehen und was das intuitiv sein soll das kann man sich hoffentlich erklären ja also der automat darf übergehen von einem zustand zum anderen wenn er etwas liest welche was dem regulären ausdruck entspricht das ist die idee und jetzt und was wir dann tun ist wir eliminieren diese übergänge schritt für schritt durch umformungen auf den automaten solange bis keine übergänge mehr vorhanden sind und wir einen herkömmlichen epsilon nfa haben dessen epsilon übergänge wieder nach eliminieren können wir wollen okay es stellt sich heraus dass diese idee diese strategie einfacher ist wenn man ausdrücke benutzt die keinen die keinen leeren mengen ausdruck enthalten kann man das kann man einfach sagen man hat keinen regulären menge keinen der mengen ausdruck braucht man den nicht naja man braucht ihn schon denn wenn sie die sprache beschreiben wollen die die leere menge ist also die leere sprache dann ist die einzige möglichkeit das zu tun mit einem ausdruck der eben genau dieser ist aber es stellt sich heraus dass es wirklich der einzige fall ist für den sie dieses symbol brauchen wenn sie etwas anderes als die reguläre sprache darstellen wollen dann können sie das immer mit einem ausdruck tun der kein leeres sprachen symbol im inneren irgendwo enthält und für die leere sprache in automaten zu finden ist nicht schwer also dass dieser sonderfall den kann man leicht behandeln okay das heißt wir möchten jetzt irgendwie diesen die leere menge hier entfernen aus den ausdrücken und das können wir machen mit einem kleinen algorithmus der steht hier die eingabe ist ein beliebiger regulärer ausdruck alpha die ausgabe wird sein ein äquivalenter regulärer ausdruck beta der die leere menge nicht enthält das passiert in dem fall dass der ursprüngliche ausdruck nicht die sprache nicht die leere sprache beschrieben hat oder aber zweite mögliche ausgabe die leere menge als einziges symbol das ist dann die ausgabe wenn die das die originale sprache auch die leere sprache war und das wie erreichen wir das ist sehr einfach wir haben drei ersetzungs regeln die wir immer weiter anwenden können und zwar auf beliebige teil ausdrücke unseres regulären ausdrucks die erste regel sagt eine alternative die die leere menge beinhaltet kann ersetzt werden durch nur den rest der alternative ich benutze die leere menge hier nicht umgekehrt genauso wenn die leere menge an erster stelle steht die zweite umformung sagt konkordination mit der leeren menge ist die leere menge ja sie wissen es ist das null element der konkordination sozusagen und das passiert natürlich genauso wenn sie die leere menge am anfang stehen haben und die dritte regel lautet dass die leere menge mit dem stern genau dass die sprache mit nur dem wort epsilon ergibt das ist sie erinnern sich immer enthalten in jeder sprache die wir mit dem stern bilden und das gilt auch für die leere sprache aber sonst werden da keine wörter entstehen okay und wenn sie diese regeln jetzt erschöpft und anwenden in irgendeiner reihenfolge auf die teil ausdrücke die sie in dem alpha finden dann wird es nach einiger zeit entweder gar keine leeren mengen mehr geben oder es der ganze ausdruck nur noch die leere menge sein eins von beiden sollte passieren ja und sie sehen also die ersten ausdrücke sind eher welche die leere menge eliminieren die zweiten umformungen hier sind welche die etwas anderes eliminieren und durch die leere menge ersetzen aber in jedem fall wird der ausdruck immer einfacher das heißt es gibt nur endlich viele solche schritte anzuwenden irgendwann terminiert diese ersetzung und dann bleiben muss etwas übrig bleiben auf das man keine regeln mehr anwenden kann und das sind eben nur die fälle die schon genannt hat okay gut so werden wir also die leere menge los und jetzt als nächstes können wir die konstruktion angehen die explizite konstruktion von nicht deterministischen automaten aus regulären ausdrücken und das funktioniert wie folgt zunächst einmal das hatte ich schon erwähnt falls es wirklich der reguläre ausdruck sein sollte der nur die leere menge enthält dann geben wir den automaten einfach direkt an dafür hatte ich ihn schon mal eingegeben im vorderen teil dieser folie andernfalls gehen wir wie folgt vor gegeben reguläre ausdruck alpha ohne leere menge initialisierung ich konstruiere ein automaten m alpha mit regex übergängen der von einem startzustand a über alpha zum endzustand b wechselt das ist natürlich noch kein korrekter nfa da steht dieser dieser reguläre ausdruck am übergang das muss ich jetzt vereinfachen schrittweise das tue ich indem ich übergänge umformen und zwar solange es in diesem automaten übergänge gibt mit einem regulären ausdruck beta als beschriftung wobei beta nicht einfach nur epsilon oder ein alphabetsymbol ist also nichts was wir in dem normalen epsilon nfa zulassen würden und solange das der fall ist wende ich ersetzungsregeln an die abhängen von der form dieses ausdrucks beta die erste ersetzungsregel sagt dass ich ausdrücke die einfach konkreten nationen darstellen teilen kann indem ich einen neuen zustand einführen natürlich wird es wieder ein neuer zustand sein einer der also nicht schon vorkommt hier nenne ich ihn meyer und dann teile ich den rest in zwei teile auf sie sehen jede datei ausdrücke hat weniger operationen als die gesamt der gesamt ausdruck vorher das heißt wir sind irgendwie vorangekommen das ist kleiner geworden das problem andere möglichkeit es gibt eine alternative in dem fall erzeuge ich zwei parallele pfeile benötige keinen neuen zustand auch das kann man sehen macht die ausdrücke kleiner weil die der alternativ operator gelöscht wird und letzter fall ist der stand beim stern gehe ich so vor dass ich epsilon ausdrücke einführe und einen stern zu einem erdzustand hier in der mitte einfüge der diese iterative abarbeitung von gamma zulässt das heißt ich darf von q aus in diesen zustand wechseln dann beliebig oft auch null mal gamma einlesen und wenn ich denke irgendwann fertig zu sein dann kann ich wieder spontan in den zustand p wechseln und auf dieser art kann ich also alle operationen die es in dem automaten gibt entsprechend zerlegen und das ist relativ intuitiv denke ich diese jeweiligen zerlegungen und irgendwann muss es enden es werden immer kleinere ausdrücke und dann habe ich ein epsilon in etwa schauen wir uns mal an wie das aussieht wir haben wieder den gleichen regulären ausdruck wie vorher a oder b a stern und ich beginne jetzt mit der initialisierung mit meinen beiden ersten zuständen die diesen regulären ausdruck hier haben das ist also von außen nach innen gesehen jetzt eine alternative das heißt also zunächst einmal muss ich das in zwei pfeile aufteilen die parallel zueinander verlaufen ein pfeil für a einer für b a stern b a stern ist natürlich eine konkordination von b und von a stern das heißt ich kann das so darstellen dass ich einen neuen zustand hier einführe mit den zwei entsprechenden pfeilen und dann bleibt noch a stern a stern wird so gelöst wie wir es gerade gesehen haben mit zwei epsilon übergängen und einer schlaufe an einem neuen zustand und an dieser stelle habe ich alle regulären ausdrücke an den kanten entfernt es bleibt ein epsilon nfa und den kann ich jetzt noch mit eliminierung der epsilon übergänge in einen nfa verwandeln das können sie auch leicht sehen wie das geht ich hatte ja vorhin schon gesagt man verlängert im prinzip nur die pfeile mit epsilon das ist unsere intuition hier der b pfeil kann mit epsilon nach bis zur 4 verlängert werden er kann auch mit einem weiteren epsilon bis zur 2 verlängert werden der a pfeil von 4 zu a kann auch verlängert werden mit epsilon direkt zur 2 das heißt wir erhalten diese zusätzlichen pfeile hier und streichen dafür die epsilon übergänge an den startzuständen müssen wir keine änderung durchführen okay das ist also unser endergebnis und sie sehen interessanterweise sieht dieses endergebnis also völlig anders aus als das was ich gerade erzeugt hatte als ich diese komposition der methode verwendet hatte um genau den gleichen regulären ausdruck zu behandeln und in der tat ist es interessant dass bei diese beiden dinge mal zu vergleichen und zu sehen wie unterschiedlich diese verfahren letztlich sind die auch wenn sie das gleiche tun im kompositionellen ansatz hatten wir so ein automaten hier in expliziten ansatz diesen beide sind linear in der größe also das heißt ich sehe jetzt bei unterschiedlich viele zustände aber das ist kein unterschied in wesentliche da in welch größen ordnung in dem asymptotischen wenn das wenn da wenn der input wächst wird es also keine andere algorithmische komplexität ergeben im großen und ganzen sie haben bei dem ersten den jahr viele zustände weil sie für jeden kleinsten teilausdruck einen endlich großen automaten hinzufügen und die dann nur miteinander verknüpfen und beim expliziten ansatz haben sie auch lineare zustände viele zustände weil sie für jeden operator höchstens einen neuen zustand einführen und es natürlich nur linear viele operatoren in dem ausdruck gibt also größenmäßig keine klaren vorteile auf der einen oder anderen seite trotzdem der kompositionelle automat ist meist wie hier im beispiel etwas größer der explizite meist etwas kleiner die korrekt korrektheit bei dem kompositionellen folgte direkt aus den abschluss eigenschaften das war sehr einfach ich habe das zwar mit der strukturellen induktion verknüpft und ihnen die gleich noch erklärt aber eigentlich haben wir das direkt gesehen ja die ja die operationen auf automaten waren korrekt deshalb ist auch diese komposition korrekt für den expliziten ansatz muss man anders argumentieren das müsste man direkt erfolg durchführen hier an der stelle mache ich jetzt nicht okay und bis zu dem punkt denken sie vielleicht ja ist klar wenn ich irgendwann mal in einer prüfung oder ähnliches sowas konstruieren muss dann wähle ich mir natürlich den expliziten ansatz weil der viel kleinere ergegnisse erzeugt aber das ist vielleicht nicht uneingeschränkt so denn der große vorteil des kompositionellen ansatzes ist dass man fast ohne löschen auskommt mit ausnahme der y-übergänge das heißt sie alles was am ende auf dem blatt steht ist auch von anfang an auf dem blatt gewesen oder ist nur hinzugekommen das ist bei dem expliziten ansatz ganz anders da müssen sie sehr viele dinge löschen und durch andere dinge ersetzen und das ist etwas was man mit papier und bleistift eher schlecht machen kann mit bleistift noch eher können sie radieren aber es lässt sich insgesamt nicht so gut im auf papier realisieren wenn man das mit komplexeren ausdrücken macht also das hat alles seine vor und nachteile ja okay gut damit haben sie die beiden möglichkeiten gesehen ach so vielleicht noch eine kleine bemerkung damit auch das wieder klar ist es ist auch hier so dass diese konstruktionen durchaus dinge erzeugen können die unnütz sind die man hätte auch löschen können also sehen dass es hier bei beiden der fall man hätte diesen zustand 4 hier entfernen können denn es gibt von dort keine möglichkeit zu akzeptieren ebenso könnte man den zustand 3 hier entfernen weil auch dort eine sackgasse ist die man nicht mehr verlassen kann also bei beiden automaten führen wir strukturen ein die eigentlich unnötig sind es gibt hier keine automatisch optimale konstruktion das könnte man aber mit wenig aufwand natürlich nachhinein löschen wenn man das wenn ein das stört sag ich mal sie sehen auch selbst wenn sie das tun sind die automaten immer noch unterschiedlich groß sie können nicht die größe des kleineren automaten dadurch erreichen dass sie bei dem größeren einfach offensichtlich redundante zustände löschen da müsste man zumindest noch ein bisschen weiter ausholen um das um das zu erreichen die automaten unterscheiden sich grundsätzlich in der art wie sie agieren okay gut das war für dieses video alles wir haben zwei wege kennengelernt wie man reguläre ausdrücke in automaten umwandelt und gesehen wie unterschiedlich sowas aussehen kann die größere frage die noch offen ist ist wie kommt man denn in die andere richtung wie kann man aus einem beliebigen automaten einen passenden regulären ausdruck erzeugen und das sehen wir in den nächsten videos bis dahin bleiben sie mir gewogen möchte ich schon fast sagen und schicken sie wie immer ihre kommentare entweder hier am video oder auch gern als issue auf github auf wiedersehen tschüss